Ich an, Mann. Hey, man kann was von Ihrem Titten sehen. Ja, Titten. This is the morning of our love. Yeah. Ja, ja, ja. Nein, nein, take die alte. Ja, 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 ja. Ja, ja. Nein. 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 Nein, 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 das ist scheiße. Der guckt dich an, Beavis. Der will dich. Nix ist. Die Tattoos sind nicht schlecht. Für einen Wichser. Mr. Bombastik. We order some bombastik, romantic, fantastic. Shaggy! Mr. Lova, Lova. 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 Mr. Bova, Lova. toll, fuck man. Mova. Sagen Sie wieder gut aus. Frisch verliebt oder neues Waschmittel? Ach, meine Liebste, ich höre mich häpplich. Mit Schatzpour, dem Top-Hit-Konzentrat. Nur eine CD und nur Top-Hits. Schatzpour, das Top-Hit-Konzentrat. Sieht euch warm an. Kitzeln, Blitzen, Kitzeln, Blitzen. Brubberblech, Brubberblech. Jetzt, 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 jetzt. Eis, kalt. Der erste dritten Löffel von Langlese. Die Rache ist unser. Der Sonntag bei RTL 2. Um 20.15 Uhr ausgerechnet Chicago. Frazors Ex-Freundin taucht wieder auf und mit ihr jede Menge Ärger. Stranger Walker wäre ein wertvoller Mitarbeiter für unsere Organisation. Danach muss Chuck Norris als Walker-Texas-Ranger zu einem Undercover-Einsatz. Ein dubioses Komitee mordet in Selbstjustiz und Walker wagt sich in die Höhle des Löwen. Um 22.25 Uhr Kirk Douglas in dem Psychothriller Endersons Rache. Ein Mann wird vom Schicksal gebeutelt. Eine Scheidung raubt ihm Frau und Kind. Heute Abend, noch vor Mitternacht, werde ich jemanden umbringen. Schließlich beginnt ein Amoklauf der Rache. Stellen Sie sich vor, wie der Glanz von 99 Karat, reinstem kubischen Zirconium, Sie und die Welt verzaubern wird. Ja, ja.